Was geht? Willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Lebensweltenwanderer. Ich habe mir vorgenommen, euch heute in unter vier Minuten das Triple- bzw. Doppelmandat der sozialen Arbeit zu erklären. Hier läuft ein Timer und ja, ich hoffe ich schaffe es in unter vier Minuten. Wenn nicht, werde ich es einfach so zusammenschneiden. Bevor wir über das Triplemandat sprechen, müssen wir über das Doppelmandat sprechen. Und bevor wir über das Doppelmandat sprechen, gibt es zwei Dinge, die wir ganz kurz festhalten müssen, als Basis dieses Videos. Erstens, die soziale Arbeit steht immer zwischen den Nutzerinnen und Empfängern von sozialpädagogischen Hilfestellungen und dem Staat, der die Rahmenbedingungen für diese Hilfestellungen setzt. Sie sind auch aus Gesetzen, die festhalten, welche Leistungen, welche Ressourcen in welchen Bevölkerungsgruppen zuteil kommen werden. Dafür gibt es ganze Gesetzbücher, die sogenannten Sozialgesetzbücher. Das heißt also, dass zweitens die soziale Arbeit teilweise als staatsvermittelt angesehen werden kann, weil wir eben auf einer gesetzlichen Grundlage arbeiten, uns daran halten müssen und die Dinge, die der Staat fordert, natürlich dementsprechend auch vermitteln. Wenn man das jetzt berücksichtigt, ergeben sich zwei Perspektiven. Zum einen die staatliche Perspektive, die sich aus den Gesetzen und staatlichen Programmen ergeben und die einen Rahmen schaffen, in der sich die soziale Arbeit bewegen darf, bewegen muss. Und die andere Perspektive ist die der Nutzer und Nutzerinnen, die natürlich Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und auch einen Bedarf mitbringen, der nicht immer gleich dem sein muss, was im Gesetz festgehalten ist. Wenn man das jetzt veranschaulicht, ergibt sich folgendes Schaubild. Wenn man sich das jetzt einmal ganz schnell anguckt, muss ich ja gar nicht mehr viel zu sagen. In der Mitte sieht man eine Sozialarbeiterin, daneben den Staat oder staatliche Institutionen und wiederum daneben eine Nutzerin, ein Nutzer der sozialen Arbeit. Und wie ihr seht, sie reißen sich um die Gunst des Sozialarbeiters, der Sozialarbeiterin. Also wie ihr sehen könnt, die soziale Arbeit bewegt sich immer in einem Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld wird zum Teil auch noch dadurch begünstigt, dass der Staat sogar hingeht und uns Sozialarbeiterinnen den Auftrag gibt, auf die Bedürfnisse des Individuums zu achten. Also selbst dafür gibt es wiederum Gesetze. Das heißt, die soziale Arbeit ist eine ziemlich widersprüchliche Arbeit manchmal. Und deswegen sind Bönisch und Lösch hingegangen und haben diese Widersprüche in dem Doppelmandat festgehalten. Und sagen damit, das sind strukturelle Widersprüche und die haben nichts mit der Unfähigkeit des oder der Sozialarbeiterin zu tun, sondern sind struktureller Natur. Jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und das hat Staub Bernersconi gemacht und macht aus diesem Doppelmandat ein Trippelmandat. Warum? Ganz einfach, wie ihr in dem Video zuvor schon gesehen habt, über die Theorie von Lebenswelten von Hans Tiersch, kann die soziale Arbeit und die pädagogischen Methoden unserer Profession missbraucht werden. Und deswegen ist Staub Bernersconi hingegangen und hat gesagt, okay, wir brauchen also noch ein drittes Mandat. Und wenn wir uns jetzt die Grafik mal eben anschauen, ich habe sie um einen Punkt erweitert, seht ihr, dass über dem Sozialarbeiter jetzt so eine Wolke schwebt. Und diese Wolke zählt praktisch als wie ein Ethikkodex, der sich aus der sozialen Gerechtigkeit und den Menschenrechten zusammensetzt. Das heißt, diese Wolke ist sowas wie das Bessere oder das Gewissen der sozialen Arbeit, das immer wieder dazu aufruft, die gemachte Arbeit oder die geplante Arbeit zu reflektieren und zu hinterfragen, ob das, was ich tue, nicht nur legal ist, also gesetzlich festgelegt, sondern auch legitim, auch ethisch korrekt. Also dieses Mandat soll also die soziale Arbeit davor schützen, dass andere Personen oder auch Institutionen hinkommen und sich uns bemächtigen, uns ausnutzen. Es ist also sozusagen ein Selbstschutz vor anderen Einflüssen, vor äußeren Einflüssen. Ja, das war's, das war das Rippelmandat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich stehe noch ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere. Und ich brauche eure Unterstützung. In diesem Sinne, passt auf euch auf und wir sehen uns.